Musik Sportliche Höchstleistungen und wahnwitzige Showeinlagen. Die Harlem Globetrotters sind wahrscheinlich das bekannteste Basketballteam der Welt. Eindrucksvoll zeigen die Sportler aus den USA, was so alles mit dem Ball möglich ist. Die Harlem Globetrotters sind eine Marke und eine historische Basketballmannschaft, die es schon seit 94 Jahren gibt. Wir haben tollen Basketball, großartige Darsteller und tolle Unterhaltung. Wir machen unsere eigenen Regeln und das macht das Ganze so witzig, weil es unvorhersehbar ist. Wir spielen zwar nach normalen Regeln, aber wir probieren immer wieder neue Dinge aus. Gegner der Globetrotter sind seit 1953 die Washington Generals, die kaum eine Chance haben. Auch für die Deutschlandtour haben sich die Spieler wieder einiges einfallen lassen. Einen Vorgeschmack gab es im Werksviertel. Wie auch in der Show musste das Publikum gleich mitmachen. Wir haben zwei neue Spieler, einen aus Polen und einen aus China. Zwei, die großartig mit dem Ball umgehen können. Wir haben einen magischen Kreis für das Aufwärmen vor dem Spiel und einen Basketball, der im Dunkeln leuchtet. Dieses Jahr legen wir nochmal einen drauf. Wir haben einige der besten Werfer der Welt dabei. Wir haben einen Vier-Punkte-Wurf aus über neun Metern Entfernung. Den werde ich selbst und meine Mitspieler werfen. Irrwitzige Spielzüge, spektakuläre Würfe und phänomenales Basketballkönnen. Am 30. April 2020 werden die Harlem Globetrotters wieder nach München kommen und ihre Ballkünste im Audi-Dome präsentieren.